Der 13-jährige Moses hat dieselben Interessen wie andere Jungs in seinem Alter. Doch seine Gedanken kreisen immer zu um ein dunkles Geheimnis, das über seiner Familie liegt. Was kann so furchtbar sein, dass er auf die Frage nach seinem verschollenen Vater keine Antwort bekommt? Als ihm ein erster Hinweis in die Hände fällt, ist er nicht mehr zu halten. Er will nicht wahrhaben, dass sein Vater ein Terrorist sein soll. Gemeinsam mit seinem neuen Freund Mischen startet er eine Fahrt ins Ungewissen. Ihre Spur führt sie zu geheimnisvollen Menschen. Menschen, die die Wahrheit kennen. Moses, dein Vater ist in großer Gefahr. Hier kann nur noch der amerikanische Präsident helfen. Aber wie kommt man an den Präsidenten ran? Und dann ist er da, der große Tag. picalium und zung und zung von dem